hallo und herzlich willkommen zu meinem tutorial über die gegenmaßnahmenprofile bei der f18 ja dem einen oder anderen wird es vielleicht schon bekannt sein dass es bei der hornet sogenannte countermeasure profiles gibt das heißt wenn ich jetzt stellmaßnahmen einleite gegen der sam oder gegen eine anfliegende infrarot rakete dann mache ich das nicht so dass ich nur ein chef oder flare das heißt die jeweiligen gegenmaßnahmen einzeln auswerfe sondern dass ich gewisse programme aktiviere das heißt zum beispiel ein programm kann sein zwei flares auf einmal aber das zehnmal in einem abstand von einer sekunde oder wenn der anfliegende ir rakete ist dann möchte ich gerne gleich mal fünf stück fünf flares raus und zur sicherheit noch ein paar chefs dabei das kann ich alles über einen knopfdruck dann auslösen und ich brauche nicht separat auf dem button für chef und auf dem button für flares draufdrücken das habe ich auch schon mal in einem anderen tutorial über gegenmaßnahmen bei der a10 schon mal erklärt das könnt ihr euch dann so noch mal anschauen das würde ich dann hier eben kurz verlinken oder darstellen in youtube ja so was gibt es zu sagen hier bei der hornet ein großes manko was die hornet derzeit noch hat ist dass es anders als im real life ist es nicht möglich diese gegenmaßnahmen am boden einzustellen denn sobald die hornet am boden steht und welt und wie jetzt hat ist das ganze modul was sich um die gegenmaßnahmen kümmert quasi ausgeschaltet was auch heißt ich komme nicht ins menü rein um diese gegenmaßnahmen zu editieren und das macht es natürlich dann super ärgerlich dass diese gegenmaßnahmen profile zwar für den flug gespeichert werden aber stürzt jetzt ab oder beginnt eine neue mission oder macht irgendwas anderes sobald ihr das flugzeug verlasst sind die profile die ihr eingestellt habt wieder weg und das ist natürlich super nervig insbesondere weil es natürlich wie gesagt nur in der luft geht das heißt ihr startet und bevor ihr in den kampf geht seid ihr schon wieder hier auf den displays am rumfummeln deswegen zeige ich am ende des videos oder was heißt am ende in der mitte des videos zeige ich zwei möglichkeiten wie ihr diese profile editieren könnt außerhalb von dcs und die dann so abspeichert dass diese bis zu einem möglichen update vielleicht gespeichert werden da möchte ich dann sagen wenn ich diese beiden sachen dann vorstelle muss noch hinzugefügt werden dass ihr natürlich euch diese profile die man dann später erstellen dort wird es eine kleine lua datei geben das ist diese programmiersprache mit der dcs im hintergrund gestriptet werden kann dass ihr euch diese datei natürlich schön ablegt und wenn dann irgendwann mal ein update war von dcs die datei nicht mehr funktioniert so könnt ihr einfach eure alte datei nehmen die wieder dort einspielen und alles ist gut ja so jetzt will ich es aber erst einmal so zeigen wie es in der f18 eigentlich gedacht ist und zwar geht ihr dann hier einmal bei einem display eurer wahl ich werde mal eben der headcard einstellen damit ich ein bisschen näher rangehe so dann geht ihr hier beim display eurer wahl links rechts unten egal einfach ins menü erstmal rein ew für early warning und dann habt ihr hier das den radar warning receiver der hier unten auch dargestellt wird nur in groß und dort sind auch die anderen einstellungen die ihr machen können für den dispenser also den das teil was sich darum kümmert dass flares und chefs ausgeworfen werden so ihr seht schon hier steht standby am boden würde das durchgestrichen stehen oder einfach das ganze hier durchgeixt das heißt wenn ihr da drauf klickt kommt ihr da nicht da rein ihr seid quasi gefangen müsst erst warten dass ihr abhebt dass dieses hier aktiviert wird das gewicht von den rädern weg ist und dann könnt ihr hier draufklicken also einmal hier oben draufklicken dann erscheint dann brahmonie 47 und hier sind schon ein paar sachen mehr aufgetaucht ihr habt jetzt unter c steht wieviel chefs an bord sind f wieviel flares ja damit können wir jetzt ein bisschen spielen so und zwar steht der modus jetzt immer noch auf standby da müsst ihr einmal auf mode drücken bis manual 1 steht das heißt im manual 1 modus wird wenn ihr den countermeasure switch nach hinten bewegt wird dieses profil ausgelöst bewegt ihr den switch nach vorne wird immer das profil 5 ausgelöst das ist immer das könnt ihr auch nicht ändern das ist einfach so drin nach vorne immer profil 5 und nach hinten profil 1 also sei da ist schon mal gesagt ihr legt euch am besten auf die 5 so ein programm was immer sehr gut geht wie so eine art panikprogramm richtig mal ein also immer zwei chefs zwei flares einmal damit raus noch einmal wiederholt dass ihr seht jetzt gerade fliegt irgendeine rakete an dann kann man einfach damit reagieren einfach switch nach vorne und fertig und man braucht sich nicht mehr so groß was kümmern muss jetzt nachdenken ist das jetzt ja oder nicht hauptsache man halt erstmal gegenmaßnahmen raus wenn ich jetzt weiß ich mache was spezielles wie eine seared attacke auf ein eigenes sam oder ich mache einen bodenangriff bin sehr tief bewegt mich in die manpad gefahr für den er raketen dann ist es besser sich dort für manual 1 bis 4 solche profile anzulegen und die dann hier auszuwählen und auch das macht ihr dann in dem fall in dem wir gerade hier auf mode geklickt habt menu 1 steht da wenn jetzt irgendein anderes profil als 1 auswählen möchte das drückt einfach auf step und dann werden die einzelnen profile durchgeschaltet das heißt man kann sogar fünf schalten das heißt wenn man den switch nach hinten bewegt wird trotzdem auch noch mal fünf ausgelöst jedenfalls habt ihr durch 1 bis 4 den flexibilität sowie verändert ihr die profile als erstes erst einmal das profil auswählen dass ihr verändern möchtet wie zum beispiel hier c2 und dann einmal auf arm drücken und dann seid ihr in dem programmieren modus für das counter measurement dispenser programm 2 und dann könnt ihr jetzt sehen was dort ausgelöst werden soll und zwar im programm 2 wird ein chef abgeworfen ein flair abgeworfen und das zehnmal mit einem intervall von 0,5 sekunden das heißt es macht plopp plopp weil die beiden rausfliegen 0,5 sekunden später noch mal plopp plopp und so weiter und so fort bis das zehnmal passiert ist also ihr stellt ein was ihr auswerfen möchtet oder wie viele davon wie viel mal das ganze und der abstand dazwischen so und jetzt sage ich zum beispiel bei einer ground attack attack ich fliege über die panzer drüber bin noch sehr tief und möchte einfach sagen werfe ein paar flares raus und damit wenn doch einer eine rakete schickt damit die abgeworfen und damit die abgelenkt wird so ich möchte jetzt sagen dann brauche ich keine chefs weil ich habe nur ia gefahr das heißt ich klicke am auf chef ist aktiviert und jetzt kann ich mit den buttons hoch und runter einstellen wie viele chefs ich möchte in dem fall null das gleiche mache ich damit den flares ich klicke erst auf flair sage ich möchte ein flair abgeben allerdings dann in einem intervall beim dock fight mache ich mir gerne auch mal zwei flares weil zwei flares sind gerne mal heller als ein nachbrenner aber in dem fall ground attack 1 flare so und ich möchte intervall repeat 10 10 mal wiederholt ist ein bisschen viel ich möchte vielleicht nur fünf stück das heißt ich gehe hier in den repeat aktiviere den und stelle mir den genauso runter auf fünf und jetzt sage ich intervall halbe sekunde ist schon ziemlich schnell ist ja schon tatak 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 so das kann auch ruhig meinetwegen eine sekunde sein weil die doch ja gerne abgelenkt werden die manpads aber so möchte ich dann in dem fall habe ich ja fünf halbe sekunde das wären zweieinhalb sekunden die nur abgedeckt sind vom flares da möchte ich schon fast sagen ich möchte lieber anderthalb sekunden haben ich gehe auf intervall und erhöhe den intervall auf anderthalb sekunden dann habe ich in dem fall ja schon sieben sekunden wo flares ausgestoßen werden und alles ist gut so wenn ihr jetzt mit dem programm so fertig seid das gefällt euch so dann klickt ihr hier auf save und alles ist gut zum bildschirm zurück zum eigentlichen hier oben wieder mit rtn return und ihr seid wieder im ganz normalen modus jetzt könnt ihr hier noch einmal draufklicken hier oben auf den damit das box hier weg ist vom ale und alles befindet sich wieder so wie im grundzustand profil nummer zwei ist ausgewählt switch nach hinten zwei wird ausgestoßen switch nach vorne fünf wird ausgestoßen ja ich zeige es noch einmal kurz reingehen arm ich bin gerade auf programm zwei auch hier könnt ihr zwischen dem programm wechseln hier unten mit step zwischen dem programm umschalten ja ich gucke nochmal beim fünfer was ist da drin ja es ist schon gutes panik programm ich werfe einmal beide beide aus mit einem intervall von zwei in einer sekunde abstand ja so wie ihr gesehen habt das ist schon manchmal ein bisschen frickelig gerade wenn man zwei bis drei custom profil hat das alles nach dem start einzustellen da ist man erstmal beschäftigt und wenn man jetzt nicht gerade so eine mission hat wo man erst mal eine halbe stunde zum ziel hinfliegt bevor es losgeht sondern ihr seid auf irgendein pve server und das geht die panik schon nach zwei minuten los ist das natürlich echt schwierig das immer so einzustellen für jeden flug deswegen zeige ich jetzt zwei möglichkeiten einmal mit combat flight und einmal direkt über den text editor wie die datei editieren könnt und wie gesagt noch einmal wenn ihr so eine datei habt speichert euch die irgendwie ab weil updates können das gerne mal zerschießen das wird dann wieder überschrieben und eure schönen änderungen sind weg und ihr müsst euch die wieder neu erstellen ja insofern würde ich jetzt sagen wechseln wir mal rüber nach combat flight außerhalb von dcs und dann zeige ich mal wie man das dort einstellt dass ihr eine schöne datei erhaltet also bis gleich so kommen wir nun zur ersten möglichkeit und zwar mittels des programms combat flight das eigentlich ein flugplanungs tool ist und eigentlich einen ganzen anderen tutorial bedürft weil das kann sehr viele tolle sachen ich zeige es jetzt aber nur für die hornet für die gegenmaßnahmen also hier der name combat flight der link ist in der video beschreibung unten drin einfach runterladen installieren und könnte auch so mal mit rumspielen jedenfalls jetzt gehe ich mal direkt zu den gegenmaßnahmen wollt ihr nur kurzen namen zeigen so sieht es aus wenn ihr das gestartet habt das kommt mit flight und dann könnt ihr hier oben auf tools gehen und dann steht hier schon alle 47 hornet custom luafi tool so und jetzt habe ich hier die ganzen profile die für die hornet verfügbar sind und die ich einstellen kann und hier kann ich mir über die oberfläche sehr schön zusammenstellen was ich alles brauche um hier noch einen kleinen hinweis eingeben was ich denn hier so mit diesem profil gerade vorhabe also ich sag mal das erste profil das brauche ich nur bei den ziel strikes das zweite für ground attack manchmal so attack dass ich dann mitte flares arbeiten möchte und 3 ist aya dogfile 4 und 5 lass ich nochmal weg und ich nenne den hier einfach nur panik so ja beim ziel braucht zum beispiel ein chef ähm da ich immer nur einen loswerden möchte ein repeat ich stelle mir kein intervall ein quant attack gerne mal wenn ich das ziel überfliege ähm sag ich mal so fünf flares im abstand von einer sekunde eigentlich fünf flares zwei flares im abstand von einer sekunde zehnmal bitte und hier unten gibt es noch eine art timeline editor wo ich vielleicht nicht äh ne nicht richtig timeline editor aber zeichnen der timeline an wie diese abgeschossen werden also blub 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 und so weiter kann ich also hier so schön anpassen ähm aya dogfile dann das gleiche dass ich vielleicht auch zwei flares im gegen dazu hier wo ich nur einen besser mal nehme vier mal schnelleres intervall ja und panik will ich einfach hier in so modus lassen genau dann habe ich noch die möglichkeit hier manual 6 einzustellen das kann ich nämlich nicht über die hornet im flugzeug das ist auf dem auf der linken seite des cockpits ist ein großer roter button voil dispense button der ist im richtigen flieger dazu da dass man wenn man jetzt merkt oder fliegt irgendwas an ich möchte noch schnell die gegenmaßnahmen raus haben da möchte man dann kann man einfach mit der linken hand auf den panik button draufhauen und dieses programm wird ausgeführt ist im prinzip eigentlich genau das was ich hier habe den panik button wo ich einfach nur schnell ein paar gegenmaßnahmen raus haben möchte ohne groß zu überlegen was gerade auf mich gerade zu fliegt könnte ich auch so einstellen ich habe mir aber in dem fall diesen wall dispense button den habe ich mir nicht extra auf dem joystick gemappt sondern wie gesagt nur switch nach vorne und switch nach hinten deswegen wird einer von dem programm aufgerufen um manual 5 wäre es noch so dass ich den dispenser im automatik modus betreiben würde dann könnte ich hier sogar die automatikprogramme noch einstellen mache ich aber jetzt nicht weil ich die automatik modus sowieso nie benutze also man kann schon sehen wie der automatik modus arbeitet er merkt eine ir sam hat mich gerade gelockt dann wird das programm ausgeführt in irgendeiner art und weise eine alte sam und eine neue sam haben noch beide profile ja aber wie gesagt auto ist auch sowieso ziemlich verschwenderisch deswegen benutzen wir das dann nicht ja wenn ich jetzt mit den sachen hier soweit einverstanden dann kann ich ganz einfach auf export hier klicken öffnet sich ein fenster wo ich diese lua dann abspeichern kann diese lua datei und hier unten ist ja noch meinen fad angegeben wo diese datei hin kopiert werden soll dort befindet sich schon eine datei des gleichen namens und bevor ihr die datei dort rein kopiert benennt die alte datei einfach irgendwie um dass ihr ein backup davon habt falls doch mal was davon schief geht ja und so habt ihr dann immer eine abgespeicherte datei eine lua datei die ihr dann verwenden könnt ich mache das jetzt mal ich speichere das mal hier so eben ab damit ich diese lua datei dann auch gleich zeigen kann wie die verwendet werden kann genau export complete fertig das könnte ich darüber kopieren und fertig ja dann zeige ich jetzt noch mal die lua direkt in einem editor so ich habe mir jetzt mal die lua datei in einem editor meiner wahl geöffnet wobei ich da sagen muss öffnet die datei bitte nicht im eigenen windows editor der dabei ist sondern in einem speziellen text editor wie visual studio code was ich habe oder notepad plus plus die links pack ich auch beide unten in die beschreibung rein weil der editor von windows benutzt eine andere darstellung hinten bei den zeilen enden und so kann es sein dass ihr die dateien euch damit kaputt macht wenn ihr da einfach mit abspeichert und das wollen wir natürlich nicht ja ich habe jetzt an dem fahrt der aus combat flight unten angezeigt wurde die lua hier dort mal geöffnet in dem fahrt brauche ich auch in die video beschreibung rein damit ihr dort direkt hingehen könnt wenn ihr das nur mit dem text editor machen möchtet ja und so sieht die lua datei aus hier oben braucht ihr eigentlich gar nichts zu machen interessanter wird es dann hier ab zeile 24 mit dem programm die sind dann hier natürlich auch so schön benannt deswegen lohnt sich das auch in so einem was heißt moderneren einen besseren text editor zu benutzen als editor weil man dann hier durch die farbgebung die dann mitgegeben werden der editor erkennt hat dass ich eine lua datei habe dann stellt er die anders da dann sehst du die kommentare sind grün und dann sieht man auch schon genau wo die profile eigentlich da eingestellt sind ja wenn ihr jetzt das traut mit dem text editor zu machen dann braucht ihr eigentlich auch kein combat flight weil hier könnt ihr die sachen genauso gut einstellen ist ja alles so benannt wie man es auch braucht die manuellen profile sind da die auto presets und der rest ist glaube ich auch selbsterklärend profil 1234 56 die drei autos und chef wie viele flares intervice cycle das ist ja eigentlich alles ganz klar deswegen wenn ihr euch ziemlich fit fühlt mit text editoren dann könnt ihr das direkt hier machen dann braucht ihr komplett vielleicht nicht obwohl ich das natürlich auch sehr empfehle das programm für andere dinge mit dcs da kann man sich schon sehr austoben in seiner freizeit ja mehr möchte ich jetzt gar nicht zu dem thema zeigen falls euch das tutorial gefallen hat dann lasst mir einen kommentar da oder liked mich natürlich wenn ihr mehr von so einem kurzen tutorial sehen möchtet dann abonniert mich damit ja keiner mehr von mir verpasst ja vielen dank fürs zusehen und dann bis zum nächsten tutorial ciao